Jo, willkommen zurück zu einer kleinen Runde Armored Warfare. Jo, ihr seht, euch fällt was auf. Willkommen im Update 0.18. Nicht erschrecken, dass ich hier so viel Erfahrung habe, so viel Geld und so viel Gold. Ja, wir sind auf dem PTS-Server von Armored Warfare, auf dem ausgesprochenen Public Test Server. Der Server sagt es schon, Test. Jo, in der Version 0.18 mittlerweile, auf dem Live-Server ist es ja schon 0.17, allerdings dann noch kein Lords of War, weil es dann noch ein paar kleine Fehler gibt. Ah, so. Warum hat sich das jetzt verzögert? Weil ich eben auf das 0.18 Update gewartet habe, weil nämlich was ganz Geiles da ist. Das werde ich euch auch gleich zeigen. Ja, wie kommt ihr auf den Public Test Server erst einmal? Ihr startet ganz normal euren my.com Launcher. Dann auf Spielverzeichnis und dann seht ihr da die ganzen Games von my.com, beziehungsweise Obsidian. Und da steht dann nochmal irgendwie was Public Test Server, also das fällt euch dann auch auf. So, dann klickt ihr auf Herunterladen. Ich muss jetzt nur 4,5 GB runterladen, aber es kann sein, weil ich ja auch schon auf 0.17 nie auf dem PTS gespielt habe, dass ich eben so wenig runterladen muss. Das kann sein, dass ihr sogar über 30 GB runterladen müsst. Genau weiß ich das jetzt nicht, aber es kann schon sein, weil eben die ganzen Dateien neu runterladen werden müssen. Ich habe jetzt nur den HD-Client, äh, nicht den HD, den SD-Client jetzt geholt, weil es reicht mir, wenn ich den auf dem Live-Server habe und gut ist. So, ähm, genau. Was nur im 0.18? Also zuerst einmal, ihr seht, die Garage hat sich komplett verändert. Ihr seht jetzt mehr so nach einer Fabrikhalle aus, möchte ich bald behaupten. Ähm, aber, gut, sieht anders aus, muss man zusagen. Und was ganz groß in 0.18 dazu gekommen ist, ist globale Operation. Da gehen wir jetzt auch gleich rein mit dem T-14 Amater, den habe ich voll aufgerüstet und ein bisschen Tarnung draufhauen. Ähm, da gibt es momentan nur eine Map, aber, ja, es hat es in sich, muss ich sagen, globale Operation. Ich möchte es jetzt auch nicht großartig erklären. Ich erkläre euch die Dinge, auf die wir treffen. Weil es ist doch sehr viel. Äh, ich glaube, ich werde erst mal Sound hochstellen, damit ihr auch ein bisschen was von In-Game-Sound hört, weil es, ich glaube, ist ein bisschen leise, ne? Äh, ja, so, denke ich mal, reicht's. Stetig. So, müsste ausreichen. Ähm, genau. So, wie gesagt, ich erkläre euch die Sachen, auf die wir stoßen, auf die wir treffen. Und ja, dann starten wir einfach mal. Wenn es zu lang dauert mit dem Warten, dann schneide ich das einfach mal raus. Ja, warten wir einfach mal. So, okay, da sind wir wieder. Ich hab, ihr werdet's bestimmt gemerkt haben, ich hab jetzt rausgeschnitten. Ähm, ja, so, das ist die Map von globale Operation, Wüstenquerung, wie die heißt. Gut, wir sind jetzt sehr viele T14 Amater. Gegnerteam ist ein bisschen bunter gemischt. Ähm, ja, genau. Dann würde ich sagen, wir fahren einfach mal nach links, wenn der Kollege hier das auch mit uns uns duldet. Hm. Mal sehen. Ähm. Ja, also in der Mitte seht ihr einen Hafen. Und eben auch in der Reihe vier seht ihr auch lauter Points, die man einnehmen muss. Die wechseln auch während des Gefechtes. Und das ist eben eine Mischung aus PvP und PvE. Die gelben Gegner sind immer PvE-Gegner. Und wenn nachher rote Gegner kommen, dann sind das die die PvP-Gegner, also die richtig menschlichen Gegner. Und dann wird's lustig. Ach genau, ein Abpraller. Genau, so sieht's da aus. Der hat uns betroffen. So, weg ist er. Ähm. Entschuldige, wenn ich nicht viel rede. Noch ist es friedlich, noch kann ich viel reden, aber ähm. Und deswegen sage ich nämlich, ich erkläre euch die Sachen, wenn sie denn auftauchen. Nee, komm, wir fahren oben lang. Ist besser. Möchte ich einfach mal behaupten. Und bei wem die ersten Punkte, die ihr ganz oben seht, verschwunden sind, das Team hat dann verloren. Also, ja. Weil man bekommt Punkte, man verliert Punkte. Also, das ist, ja. Lustig. So, jetzt gehst du mal auf den Flugsackträger rauf. Das finde ich irgendwie lustig. Hehe. Dass man hier auf das Schiff rauffahren kann. Genau, das hier zum Beispiel ist ein Punkt, den wir jetzt einnehmen müssen. So, komm. Ah, oh. Hoppla. So, da haben wir den eine geben dem XM1. Also, momentan hier auf dem PTS-Server sind globale Operationen nur für Tier 10 und Okay, das waren wir nicht. Äh, nur für Tier 8 bis 10 zur Verfügung. Ich denke mal, auf den Live-Server werden es auch kleinere Tiers sein. Hoffe ich einfach mal. Aber müsste eigentlich rein theoretisch. Weil es ja doch ein bisschen was ist, wo auch jeder spielen kann. Ne, den kriegen wir jetzt noch nicht dafür, auch unsere Zielzeit zu kriegen. Na gut, dann helfen wir unserem Kollegen einfach mal mit dem KI-Gegner. Okay, nun wird er zu alleine weiter schaffen. Und da hinten seht ihr ja so ne komischen Dinger. Da hinten rechts das sind Raketenwerfer, die, auf die müssen wir aufpassen, die müssen wir nachher kaputt machen, wenn wir denen zu nahe kommen. Weil sonst werfen die Raketen auf uns und das soll ja so nicht sein. Das wär dann schlecht. Oh, da ist er irgendwie runtergefallen aus so einem Grund. Irgendwo. Oh, hallo, anderer, äh, TfV-10. Da kam er sehr schnell um die Ecke. Ah, können wir den kriegen? Ich hoffe ja mal schon. Das wär ja sehr Ah, scheiße, da waren wir. Loll, das ist nicht der, den wir wollten. Was ist da aber nicht? Oh. Ha. Fast no scope. Aber nur f- Oh. Ne, da müssen wir auf die Ecke. Da können wir so nicht dahinter fahren. So, dann legen wir uns hier mit dem hier so frontal an. Anders. Anders ist das sonst doof. Ja, der weiß, wie man's macht. Oh, da hat er gefressen. Hm, jetzt kommt er von hinten. Ah. Okay, jetzt sind wir tot, aber wir brauchen jetzt nicht in, ähm, Ding, äh, in die Garage so, sondern man kann hier in globale Operation respawnen. So, jetzt können, können wir uns einen aussagen, nehmen wir mal den mittleren. So, dann müssen wir ein paar Sekunden warten und dann passt das. Und ihr seht's ja rechts, äh, äh, in der Mitte oben, die Gegner, die Gegner verlieren kräftig an Punkte. Das gefällt uns sehr. Außerdem gibt es hier auch kleine Gimmicks und, äh, wie nennt man die? Hot Cards? Wild Cards, glaube ich. Äh, das sind zum Beispiel Drohnen, mit denen man ihn spotten kann oder, zum Beispiel gibt's ja auch einen Bomber. Da oben seht ihr, das ist einer von unseren Bombern. Man kann natürlich nur aufpassen, dass die, äh, uns nicht abschießen. Äh, dass die Gegner den da oben nicht abschießen. Also können wir besser spotten. Und das ist, das sind die, die wir von den Gegner bestens zerstören, zerstören sollten. So, dann gibt's noch eins mit einem Bomber. Das ist, glaube, der ganz neue Bomber. Einer der ganz neuesten Bomber, die es gibt. Äh, Tarnkappen-Bomber ist das, glaube ich. Und der wirft dann Bomben. Man kann auch den seine Flugroute bestimmen. Wo er dann auf die Gegner dann die Bomben abwerfen soll. Und ihr seht, jetzt haben sich die, die Cap-Points geändert, gerade im Moment. So, dann gehen wir mal hier mal rein und Cappen. Ist hier ein Cap-Point? Ja, hier ist er. Nicht, dass wir hier auf einmal falsch waren oder so. So, versuchen wir mal hier zu Cappen. Und eine Sicht auf den Gegner, wenn er noch auslocken könnte, aber so können wir nichts sehen. Schade eigentlich. So, jetzt haben wir Punkt 5 schon mal fertig. Dann fahre ich mal nach rechts oben zum Punkt 4. Da ist auch ganz wenig los. Vielleicht taktisch. Oh, können wir den mal kriegen? Ne. Wäre auch so schön. Dann fahre ich mal zum Punkt 4 nach oben. Da werden die Gegner bestimmt auch gleich hinwollen. Ja, der T14-Amater ist noch ein bisschen langsam. Aber gut. Macht er nichts. So. Gucken wir, wo wir uns da vorbeischmuggeln können. Zum Punkt 4. Das wäre ja sehr nett. Oh, ich bin ja spät, ist aber unschuldig. Es kann natürlich auch sein, dass er von einem Gegner, äh, von einem KI-Gegner was... Genau. Ich hab's doch gewusst, dass da gleich einer hin will. Ich hab's gewusst. Aber gut, wir sind da nicht die Ersten, die da aus unserem Team hinwollen. Och, ist ja auch nur ein PL01. Das geht ja. Das ist ja in Ordnung. Der ist eigentlich ganz annehmbar zu killen. Ja, da vertreiben sie noch schon, die anderen. Kommt gleich hier rum. Nee, der fährt hinter dem Haus da lang. Aber es kann sein, dass er gleich versucht, da... So, jetzt haben wir ihn. So. Dann haben wir auch gleich Punkt 4. Wunderbar. Und wir haben kaum an Punkten verloren. Das finde ich sehr nett. So, wo wollen wir jetzt langfahren? Ja, komm. Versuchen wir mal... Fangen wir mal hier links runter und kommen uns um die anderen Gegner wieder. Oh, unsere Drohnen haben sie noch nicht abgeschossen. Das finde ich sehr schön. Ich hoffe, der In-Games-Rund ist laut genug, dass ich euch den hoch genug gestellt habe. Aber gut. Ah, unsere Drohne hat nur noch zehn Leben. Ah, haben sie schon einen Eimer erwischt. Na gut. Da kann man nichts gegen machen. Ihr seht, es wird langsam sandiger in der Atmosphäre, ne? Und gleich werdet auch... Seht ihr jetzt... Seht ihr, Sandsturm nähert sich auf der Map. Auf dieser Wüsten-Map gibt es nämlich einen Sandsturm, der dann auftaucht. Und dann wird es eklig. Jetzt kann es eklig werden. Hallo, Leo. Hoppla. Das war aber nichts. Oh, bis ich nicht durchgekommen ist, tut mir aber leid. Oh! Ich hätte fast gehabt. Ne, hab das gesehen. Oh, die nächsten Punkte können eingenommen werden. Ich fahr mal hier hinten rum. Können wir ihn vielleicht von hinten erwischen. Was gar nicht so verkehrt ist. da habe ich mich gerade erschrocken hier vor unserem Kollegen. So, hoffen wir mal, dass unsere Turm da ist. was ist hier? Autsch! Das ist jetzt sehr schlimm. Aber dann den Turm werden wir mal gut machen. So, vorher noch Raketen auf uns los. Ach, puh, wir sind zu offen hier. Los! Okay, das kann gleich sein, dass wir gleich tot sind. Sicht um 50% reduziert wegen dem blöden Sandsturm jetzt hier. Das ist jetzt richtig gay und wir sind sehr offen. Das ist nicht gerade schön. Wir versuchen mal. Ah, okay. Ihr hört, ihr hört auf den Sandsturm. Er kann einen richtig auf den Sand nehmen. Ja, genau. Wie gesagt, wir waren viel zu offen gerade. Naja. Aber wir stehen kurz vor dem Sieg, also. Ich glaube nicht, dass das unsere Gegner noch rumreißen können, das Ruder. So ist man immer wieder in der Mitte. Mitte ist immer gut. Dum, 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 dum. Ja, ihr müsst halt ein paar Sekunden warten. Aber gut, das macht den Sandsturm. So. Vielleicht sollten wir mal so einen Punkt 6 hochfahren. Das ist vielleicht taktisch gar nicht mal so schlimm. So. So. Da ist die Gegner. Ach, da unten. Ja, gut. Da sind sie auch ein bisschen in der Überzahl. Aber gut, dafür cappen wir ja gleich in Punkt 6, ne. Wow, wir sind das erste Mal unter 2000 Punkte gekommen. Wow. So gut, wie es ehrlich gesagt noch nicht durchgespielt habe hier. Hoppla. Da sind wir gegen etwas gegen gefahren. Na, da kriegen wir vielleicht noch einen Bomber zu sehen. Das wäre ja sehr praktisch, weil da unten ist ein Bomber. Also wie es aussieht, machen wir einen Bomber. Oh, das ist aber nicht schön. Achso, KI-Panzer. Okay, wir werden wohl gleich einen Bomber starten, wie es aussieht. Ja, wir werden wahrscheinlich gleich einen Bomber zum Gesicht bekommen. Mal gucken, ob wir zwar sehen können, dass der fliegt. Das würde ich euch gerne zeigen, wie das aussieht. Aber der fliegt doch nicht. Das kann doch auch sein, dass irgendwie abgebrochen wurde. Na gut, wir sind jetzt sowieso am Gewinn. Ne, wir werden den jetzt wohl doch nicht zum Gesicht bekommen. ne, okay, aber dafür haben wir auch gewonnen. Punkte, Limit erreicht, wunderbar. Sieg! So, dann gucken wir gleich mal, was wir angerichtet haben. In die Auswertung, Auswertung. so, okay, wundert euch nicht von den hohen Preisen, wissen, dass es durch den Public Test Server genauso wie das hier oben. So, ähm, genau. Aber ich denke mal, auf dem Live Server wird es trotzdem ein bisschen mehr geben als ein normaler PvP und PvE. vielleicht wird das irgendwie zusammengenommen oder so. Ähm, Leistung, ähm, okay, zwei Mal sind wir gestorben. Hm, oh, wir waren relativ schlecht sogar. Okay, ähm, ja gut, so viel habe ich jetzt globale Operationen auch nicht gespielt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber, naja, gut. Ich denke mal, nächsten, nächstes, das nächste Video wird, denke ich mal, auch wieder hier globale Operationen sein, dass ich euch ein bisschen was zeige oder mal sehen auf dem Live Server wieder ein bisschen. Werde ich sehen. Ähm, ein bisschen mehr so werdet ihr ja sehen. Und, ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, bye, bye. Ciao, ciao.